Ich hab sonst huge Oh, beste Waffe Lustiges Server ist lustig Ah, in der Zeit geht das noch nicht, ne? Eh, was denn? Leute abknallen? Nein, das geht nicht Warum gibt's dir so wenig Waffen? Ah Tür ist gemeingefährlich Schaden von ihr bekommen Und, wer will mal Innocent Rückwärts sagen? Iemand anscheinend Innocent Rückwärts, by the way Ah, fuck Ich bin mal so frei Was nicht schon offensichtlich genug gewesen ist Das Schlimme war nur, ich hab den ersten Schuss einfach nicht getroffen Ansonsten wäre so tot gewesen, weil ich mein Schott und so Ja, ja Shit Oh, sehr geil Was denn? Oh, schüch, schüch Weg noch vor mich hin Ach so, ach so Du kannst mir doch gerne sagen, wo du bist Du siehst übrigens richtig scheiße aus, Konstantin Ach, da oben Ich bin aufm Leuchtturm, ja Was? Ich bin aufm Leuchtturm Nein, nein Ich hab nach Kaubis Dings gefragt Ob er gesagt hatte BOOM HADSHOT Ich kriege dich, Junge Dumm rumstehen ist vielleicht nicht die beste Idee Warum hat der BOOM HADSHOT geschrieben? Weil's geht Weil du einen HADSHOT verteilt hast Geil, ey Hab ich mir schon gedacht, das war ziemlich genau gezielt, aber Komm, dann töt ich mir den Igel, oder? Nee Ja, komm hoch Ja, mach ich Keine Sorge Ist sowieso ne Bombe geplantet irgendwo, oder so I know that shit Ne Bombe wär gefährlich, weil ich mich selbst mit hoch sprengen Nö Ja, ist doch egal, gewinnst du trotzdem Wenn du mich tötest Ach, schade Möchtest du mal ganz nach oben gehen, einfach mal so Für den Effekt Ja, wenn ich mich noch schnell bewegen könnte, was aber nicht mehr funktioniert Ah Die können die Finger nochmal rumblasen Die gar nicht Gar nicht Die Mini-Turrets Nö, die bleiben da Auf ewig Neodramatische Musik Ja Ach, ich werd schon wieder in der scheiß Wand drin Repairing Ich hab diesen einen Spawnpunkt, aus dem man nicht rauskommt Oh, was ist das denn? Nein, das ist nicht ne Mac-10, oder? Vielleicht krieg ich dich, bevor es losgeht Naja Einfach dann wegschubsen mit dem Magneto-Stick, was dürfte gehen Juuu Die Schritte höre ich Das werden nicht meine sein Das werden nicht meine sein Ne, das der selbes Spawnpunkt ist Ja Vielleicht kannst du, kann Konstantin mir auch helfen Selbst wenn, selbst wenn er Traitor sein sollte Mich erstmal hier rausholen, wenn er ist, vielen Dank Wo bist du? Ich stecke an der Wand, in der Wand hier am, ähm, am Strand Ich da Ja Aber nicht am Hauptstrand, sondern da sein wir jetzt runter Hey, Trader sind nicht Am Nebenstrand Wieso Trader ich? Ne, Trader du Ne, Trader du Egal wer es ist, mich bitte erstmal befreien Danke Ja, 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 ja Hi Rechtsklick war das Schubsen, glaub ich Rechtsklick mit dem, äh, dem Crowbar, ja Ja Du hast ne Magneto-Stick in der Hand wohl gemerkt Ja, ich weiß, ich weiß Ach, ne Crowbar, ja gut Dann Rechtsklick Ja, ja Muscher Kaukasier Jetzt häng ich auch fest Ja Wo seid ihr? Kann man einer schießen oder so? Oder weiterschlagen? Ach, da unten Ja Alter Zwei leben noch, ja Ja Hast du den umgebracht? Ich hab Konz umgebracht, ja Und mich dann auch Ich kann nicht ran aus hin Es hat doch noch funktioniert Ich wollte, dass ich eigentlich streng weide Ich wollte dich opfern, Corby War mir klar Pissene Ecke Der war gut, oder? Sehr schön Nein, mach er nicht Der war super Ich fand das geil Ich war einfach zu erwarten gewesen 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 Pluskom perfekt Ja Hätte zu erwarten gewesen sein müssen Und können Das wäre Pluskom perfekt Nee, müssen Ja, aber können es irgendwo Hinsetzen, oder? Ja, du kannst mit Steuerung Kriechen Ah, mit Steuerung Ah Ähm Hi Simon Hi Bist du Traitor? Sehe ich so aus? Sehe ich so aus? Ja Du bist schwarz, also ja Ich bin schwarz Du bist schwarz, also ja Das ist nie ein gutes Zeichen Nee Ich bin trigger happy in dem Spiel Du weißt das Siehst du? Ich merk's, ja 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 Wir müssen unser lieber Freund Ich bin schwarz Was ist das? Das ist Road EINMILIUSNOWMOTION Was ist das für ne Kasse? Das ist ganz normal das Treppe. Die gibt's hier standardmäßig im Spiel. Da kommt's explodiert davon. Ich stande da unten schön und so. Das hätte ich jetzt gerne aufgenommen, Alter. Das war echt geil. Hätte ich jetzt Shadowplay, Anne. Hätte ich hier das so nach 4 Minuten einfach aufnehmen können. Mist. Egal. Aber das war schon nice. Ich steh da oben so. Ich steh da so rum. Ich baller Simon in den Kopf. Und du merkst es nicht mal. Nö. Ja, ich weiss. Das Boomheader hat irgendwie nur der Schütze und der Beschossene, hm? Ja. Ich glaub fast ja. Alter. Wir merken da schon rum. Oh, die Dänen können doch gar explodieren in der Probephase. Schade. Nee. Alter, kann ich mal Trader sein langsam? Was ist denn Scheiß? Beantwortet das deine Frage? Hm? Hey, hör auf. Ei. Ich hab mich geschossen. Au. Okay, jetzt wurde ich von der Seite angeknallt. Bobby ist es. Ganz sicher. Müsste man nur wissen, wo der ist. Das wäre definitiv von Vorteil. Ich bin vorgekommen, ja. Mit dieser Taktik. Aber wenn sie doch funktionieren. Ja. Und wenn du nichts tust, außer im Kreis zu rennen, wie so ein geklapptes Hühnchen. Gut, also, das hat man ja recht. Asoziale Taktik, die er benutzt. Und Simon vor allem auf mich schießt. Was? Du hast alle auf mich geschossen. Tja, ne? Muss ich mal 10 in den leer bekommen. Ja, dann schieß aber auf Kami. Den hab ich sonst aber nicht gesehen. Ja, warum wohl? Er ist versteckt. Oh, wenn ich weit genug von dieser Fläche weggehe hier, hab ich ziemliche Grafikfehler. Krass. Das ist relativ normal. Darf man nicht von oben sehen. Die Fläche. Blöd. Aha, hab dich. Oh nein, Dubstep Gun? Nope. Sondern? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich nicht mehr zielen. Error. Jo, das ist egal. Großes Error. Ah, da bist du. Hi. Loll. Schade. Ich kann's gar nicht googeln mehr. Das war ein... Du hast ihn jetzt runtergefasst. Das war ein Deagle-Headshot und der hat ihn irgendwie über den Railing befördert, ja. Das war cool aus. Das sah extrem cool aus. Wie einfach so ein Rückwärtshalter über die Railing gemacht hat. Ciao. Bis. Ich wollte einfach nur die Base-Can mal austesten. Was passiert? Ich kann nicht mehr zielen. Das war eigentlich voll das Glück, dass ich ihn getroffen habe. Ich hatte ein großes Error irgendwie da stehen. Ja, was heißt... Das heißt, dass du nicht alle Texturen hast. Ja, bei der... Bei der Waffe, die dann da lag. Oder was auch immer du da hingelegt hast. Das ist so ein Radio. Ja, das hatte ich anscheinend nicht. Ja, da liegt... Passiert mal. Kann passieren. Hast du Pech? Hattest du das auch? Nee, ich hatte das Radio. Ich hab's nicht gesehen. Glaube ich. Okay, dann muss ich mir mal ein... TTT Textures-Thing ins Runterladen. TTT Textures. TTT Textures. TTT Textures. Hi. TTT Textures. Fick ich doch. Final Fantasy. Da liegt einfach alle um. Jo. Hat anscheinend was gebracht. Diesmal einmal Traitor. Warum hast du... Warum hast du... Nein, du darfst keinen Spaß haben. Weil er sich versteckt hat. Darum. Deswegen? Ja. Das ist der Grund, warum du den gekillt hast. Ja. Ja. Ja, gut. Ja, warte. Alter. Kann man nicht mal diese Scheiß-Stift hochspringen? Tch, das ist doch gar nicht. Ja, Crouch-Springen halt immer, ne? Guten Tag. Half of you are Traitors, the other half is Detective. Hm. Wer könnte mehr Traitor sein? Oh, fuck. Oh, yay und so. Hey, was hab ich denn hier aufgenommen? Oh, ne Pistole. Ja, lustig. Hi. Good job. Ja, aber wir müssen es ja machen, ne? Ich weiß nicht, was einem dieses komische Logo bringt, aber ich sammle es einfach mal ein. Oder werdet ihr bei dem Versuch sterben? Sag möglichst rechtzeitig Bescheid, welches von beiden macht. Hä? Wie welches von beiden? Achso, ja, klar. Halt! Halt! Ich hab Konstantin gefunden, der ist hinter dem Stein, hinter dem großen Haus. An der Klippe. Okay. Warum schießt er dann nicht? Ja, weil er hinter dem Stein ist. Achso. Das gibt's nicht. Man kann die nicht mehr aufladen. Ne, kann's auch nicht. Gibt's nicht. Warum nicht? Ach. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Einmal schon. Gut, jetzt kann ich mir das wieder reden, ich hab's gesehen. Fast tot, der Kerl, wohlgemerkt. Fast ist nicht ganz genug. Ich bin der Degelpro, Alter. Der stand da ganz ruhig rum. Ja, ich muss den ja auch erst mal am Visieren, ne? Na ja. Ja, das ist besser geht, ey. Was wäre ich gefunden? Der scheiß Newton, der scheiß Newton Launcher, warum kann man den hier aufladen? Weil du scheiße genug bist, als du. Es ging doch einen aufgeladenen Schuss zu nirgendsen. Wie ging das nochmal? Mit Rechtsklick, oder was? Ich nutze den nie, weil er scheiße ist. Das ist voll geil, Alter. Du kannst mit Leuten 10.000 Meilen weg befördern. Na. Ja, aber es funktioniert fast nie. Doch, wenn du einen aufgeladenen Schuss machst. Mir selbst mit nicht. Ups. Da haben wir irgendwo einen Muni herbekommen. 14.8, ich bin die Kräfte nie. Hi. Oh, ein Stein. Bin ich nur schade, Ent. Wir haben einen Stein gefunden. Nice. Schau dir dieses wunderschönen Stein an. Leg ich jetzt mal hier rein. Und dieses völlig ungefährliche Häuslein. Hilfe. Geschossen, glaube ich. Ich habe das Haus wirklich ungefährlich gemacht, gerade. Mehr nicht. Ah, okay. Hi. Steh nicht im Weg. Äh. Hilfe. Ich bin da hoch. Lass mich. Komm mit. Okay, warum schießt hier jemand? Ich auch gern. Hm. Okay, irgendein Schussring hat hier hoch. Echt? Ja. Wüsste nur gern was. Warum liegt hier eigentlich für ein Sniper rum? Liegt hier immer. Deswegen ist das ja meine Taktik. Oh, hi. Hi. What the fuck? Wartet, guck mal mich genau an. Guck mich mal genau an ins Gesicht. Du ich doch, du ich doch. Okay, ein bisschen höher. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Boah, Alter. Deine Augen gehen so creepy auseinander. Ich fielen so. Das ist so interessant. Und deine Waffe ist genau auf mein Gesicht gerichtet. Was macht ihr? Ich jage Korbi. Sehen die einfach. Warum jagst du mich? Weil du weggegangen bist. Ja, weil ich weiß, dass einer von euch beiden Traitor ist und ich nicht sterben will. Na, du. Da fliegt eine Möwe rum. Können wir die abknallen? Hi. Wie ist sie? Geh weg. Geh weg. Ich kämpfe mich hier oben. Könnte du das, aber es wird ziemlich, ziemlich langweilig werden. Ja. Also kann ich davon ausgehen, dass es Simon ist? Du könntest? Weißt du, ob du solltest? Das war einfach so ein Ja, weißt du das? Bin sie raus. Andererseits das Problem, dass Konstantin mir nicht zustimmt. Was er eigentlich tun sollte, wenn er der Meinung ist, dass ich ihn umbringen soll. Was? Eben. Ich hör nicht zu. Kennst du das Problem doch? Du hast nicht, nicht zuzunehmen in dem Spiel. Da ist er gestorbt. Ich hör gern nicht zu. Okay. Dann war es das doch, du. Ich weiß auch genau, was er tut. Er sitzt oben auf dem Tower und snipet. Ja. Also Simon hat mich gut weggesnipet, finde ich. Kannst gern hier auch kommen, um die Gesellschaft leisten. Uh, Hilfe. Uh, ich geh mal hier von unten rein. Alter. Der Schuss ging... Der Schuss hat gerade dieses Fenster jetzt zerstört. What the fuck? Wie machst du das? Wo schießt du hin? Auf dein Gesicht. Logisch, oder? Voll heftig. Das ist richtig, richtig heftig, dass es einfach dieses Fenster zerflegt. Ein Logo, ein Logo. Willst du mal langsam hochkommen? Hier? Oder so? Nö, warum sollte ich? Wenn die Zeit abläuft, habe ich gewonnen. Ich weiß. Wäre aber lustig gewesen vielleicht. Nein? Gammelst du denn ab gerade? Da, wo ich Spaß habe, daran abzugammeln. Uh, das war ein Zeichen. Hoffe ich doch. Aber es war ein Simon, der hier Dinge bewegt. Nein. Alter, ich habe keine Zeit mehr. Zeig dich mal. Versteckt sich einfach. Falsche Richtung, sag mal so. Ganz, ganz falsche Richtung. So, da ist ein CYW-Zeichen. Was ist da abgammelt? Aber wo ist der Vogel? Wo zur Hölle? Da, wo du warst. Ah. Da nachdem. Was? Wie kann ich da klicken, Alter? Tja, ja. Wer verzweifelt in Suche nach irgendeiner Waffe, ey? Barring. Ja, ich meine, wenn man einmal weiß, wo die sind, dann merkt man sich das eigentlich. Ich weiß, aber ich bin woanders gespawnt als sonst. Ach so. Ähm. Simon ist es. Übrigens. Und er schießt mich gerade weg. Oh shit. Ich denke da zumindest. Das war eine schnelle Runde. Oh, das ist jetzt so geil. Und bestimmt nicht, ich glaube, ich war ein Tritt oder so. Also, wie sieht's dir? Naja. Das ist halt Final Fantasy, ne? Aber dieses Fiep auf den Ohren von irgendeinem Knall ist auf jeden Fall. Fiep. Ja, wenn man, wenn man, äh, so ein Fass explosieren lässt neben sich, dann hat man so ein Fiep auf den Ohren. Ja, das ist halt irgendwie logisch, oder? Ja. Kriegst Teentus von. Und, äh, nee. Das ist was anderes. Ja doch. Der entsteht anders. Bist ich schon. Nein, Tinnitus ist, äh, keine Gehörsache. Kann auch von lauten Geräuschen gefördert werden. Ja, aber, äh, Tinnitus ist keine reine Gehörsache. Tinnitus ist... Ja, so weiß er, ja, ich weiß. Eigentlich eingebildet. Ach. Hi. Alter, papierst du's mal? Du schießt immer auf mich. Ich hab's immer getötet. Warum schießt du immer auf mich? Weil dein Karma zu gut ist. Fick nicht. So, was ist das für ein Ding hier? Was ist denn meistens ziere, wer der andere ist? Ja, ich weiß. Ist schon klar. Warum hab ich eigentlich Leben verloren? Ach, so, weil du auf den Schoss nassst. Sehr logisch, oder? Au. Kann ich dir mal ne Frage stellen? Was? Wieso hab ich dich nicht gesehen? Weil du nicht wild angedreht hast. Nicht mal so wild. Weil eigentlich... Hallo? Ah ja. So ging das. Ja. Ich hab mich echt nicht allzu wild angedreht. Oing. So schön auf die Fresse zu fliegen. Dann Wassergeräusche zu haben, obwohl man auf dem Trockenen gelandet ist. Nö, du bist weiter abgebounced. Ah ne, ich bin, äh, ich bin nur zurückgeschmissen worden aufs Land. Okay. Ja. Kann ich mitbekommen, alles. Okay, ich warte schon auf die PR-Aktion. So, dich nehm ich mit. Was machst du? Ich nehm das Fass wieder mit. Das Explosionsfass. Ich nehm gerne Explosionsfässer mit. Hab ich gemerkt, ja. Oh, ich bin inno. Hätt's gedacht. Ich nicht. Die letzten Runden auch schon. Ganz beklagen. Ich würde auch niemals überlegen. Um Scheißfass kannst du dich mal in die Ecke da verziehen. Ja, so ungefähr passt's. Leute, was war das für ein Geräusch? Gibt's einen Traitor-Raum hier? Was ist da gerade in den Dift gegangen? Fässer, die im Weg standen. Ich wollte die loswerden. Kann das Ding auch explodieren? Weg damit. Wow! Alter! Was denn? Was lag im Weg? Ist so geil, dass man in einigen Waffen einfach zielen kann. So geil. Hi. Noll. Du Arsch. Sorry, du warst einfach... Hättest mich wenigstens die hatten können. Was ist? Hättest mich wenigstens die hatten lassen können. Kommt da... Weißt du? Ich komm da gerade hoch und Simon fliegt einfach weg. Sorry, du warst einfach zu... Ich weiß, ich hätt's nicht wissen können, aber du warst einfach zu... Auffällig. Natürlich. Ich kann es da mit Schaden vor mir. Du... Du hast immer das Kopf aktiviert einfach. Ja, weil ich das Fass hochgejagt habe. Logisch, oder? Ja, das war nicht logisch genug. Tut mir leid. Junge. Ich finde es auch interessant, wie die, ähm... M4A1 in dem Spiel anders funktioniert. Als bei Zornbay und so. Deutlich. Die ist nicht allzu präzise, aber dafür im Vollautofeuer. Ich habe hier ein normales Fass mit. Dass ich da nicht irre bin. Kann ich das eigentlich als Schutz benutzen, dieses Fass? Nein, kannst du nicht. Das ist ja interessant. Ich mag Barrens. Pass mal auf, jeder, der auf den Turm kommt, wird einfach hingerichtet, okay? Wow, warum habe ich Ultra-Lags? Ich bin schnell auf den Turm. Woa! WTF? Ich bin alle auf den Turm. Ja. Ist das nicht wundervoll? Simon hat übrigens auf mich geschossen. Will ich nicht mal droht's drauf anmerken. Nein, geht vorbei. Du hast keinen Schaden geschossen. Ich habe auf ihn geschossen jetzt. Ich habe es wieder ausgeglichen. Dann ist gut. Jetzt habe ich ihn erschossen. Korrekt. Du bist so leichtgläubig. Weißt du? Aber ehrlich. Aber weißt du was? Ich camp jetzt hier oben. Kannst du mal versuchen, mich hier wegzuholen. Langweilig. Ja, kannst ruhig alle Fenster wieder zacken nehmen. Ich muss hier auch kommen, um mich zu kümmern. Kleiner Fratz, du. Sonst kriegst du mich nicht. Ihr braucht euch beide nicht zu verschanzen. Der andere bewegt sich auch gerade nicht. Ja, ich versuche gerade, mich gar nicht zu verschanzen. Ich suche gerade... Also... Was hast du eigentlich hier schönes? Ach so, nur die... Ach, auch ne. Auch ein Igel. Aber... Warum hast du einen Schuss draus gehabt? Ach so, weil du schon mal auf Kobi geschossen hast. Ja. Und Hext und so. Hm. Hm. Den, 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 hopp. Come on. Nein! Weißt du, was schlimm ist? Du ist Fenster, Alter. Nee, Konstantin. Weißt du, was schlimm ist? Hm? Was ist denn? Oh, Explosion. Ich hatte einfach... Ich hatte jetzt das falsche Item gekauft mir. Jaja, okay. Du bist aber da geil stehen geblieben. Konstantin. Darf ich dir das kurz erklären, warum? Ja, darfst du. Ach so, es war nicht. Weil das eine von diesen Sachen ist. Das habe ich aktiviert. Und dann durfte ich nicht mehr auf meine Waffe wechseln. Hm. Ich habe ja gehört, dass du in der Nähe warst. Also bin ich da stehen geblieben. Weil es war kurz davor, nicht mehr aktiviert zu sein. Und dann hätte ich wieder auf die Shotgun wechseln können. Wait, 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 wait. Ich hatte halt keine Chance, weißt du? Ja. Ich habe einfach durchs Fenster und dann mit Single-Tabs und dann genau auf deinen Kopf gezielt. Deagle. Deathmere. Was? Oh. Was bist du? Oh, Detective, ja cool. Alter, warum? Weil wir keine Detectives sind, das sind Teams. Hättest du mal durchgelesen, Team Deathmatch. Wir waren im selben Team, stimmt. Tuck mir leid. Oh, fuck. Dö. Die Firma dankt? Du Idiot! Fine. Holy shit, wie viel Schaden hast du bitte ausgehalten? Oh fuck! Slow-Motion tippen. Vorher hab ich weg, Alter. Nicht ehrlich, warum hast du so viel Schaden ausgehalten? Keine Ahnung, weil ich auf 100% war und mir noch nicht auch geschossen hast und nicht den Kopf. Eigentlich ist das bei der Shotgun egal. Oh, der Nascanner. Woher stehen denn? Ach stimmt, man spawnt wieder. Ah, so ist das. Ja, also einer spawnt wieder. Weil wir ja nur die Leute sind und die ausgeglichen sind, weil die Scheiße sind. PR-Dinge sind schon lustig. Ja, ist echt witzig. PR-Dinge? Ja, die PR-Runden. Warum? Weil das die Runden sind, die seltsam sind. Ach so, ja. Abwechslungsreich und so. Ziemlich seltsam. So weiß ich, vielleicht hatten wir gerade eben. Naja. Eigentlich nur Sonder-Server, aber irgendwie ein bisschen eintönig. Jetzt von den Sachen her, die es gibt. Ja. Es gibt drei Waffen und... Eine PR noch und dann wechseln wir, denke ich mal. Ja. Versucherweise noch fünf Runden. Fünf? Ne, sechs. Sechs, fünf, ach keine Ahnung. Eier. Dimon! Dimon? Interessanter. Dimon, du bist irre. Du bist völlig irre, du bist ein Wahnsinniger. Wieso? Wenn du einfach Leute tötest. Ja, und du... Alter! Moment. Moment. Du warst innocent und hast einfach rumgeballert? Natürlich war ja. Ja. Natürlich ist das nicht. Ich hätte mich da oben auch einfach so killen können, weil ich hatte nicht aufgepasst. Hier oben. Wie hast du mich jetzt abgeklang, oder? Ja, schon. Ja, glaube ich. Ja, aber... Holla! Boah, weißt du, kann ich das besser? Halt, er sagt. Hihihihi! Du bist irre. Du bist völlig Wahnsinnig. Wieso denn? Nö, alles gut. Er ist noch blöd lachender Mann, wie ist das denn? Atelier Saat! Viel. War eigentlich ganz offensichtlich, was er gesagt hat. Ich weiß nicht, was du hast. Akustik habe ich. Ah. Also ich bin Enno. Jo. Also ich bin auch Enno. Ich kämpfe mich jetzt hier oben auf dem Ding jetzt mit dem fetten Sniper. Wie geht... Oh Mann! Irgendwo auf der Map ist jetzt ein Logo. Wer hat hier gerade mit einer Shotgun geschnatzt? Das war ich. Piss dich. Weg von meinem Turm. Aus! Ich glaube, ich schreibe, falls du Simon siehst, ne? Simon ist Traitor? Ja. Echt? Ja. Vertrau dir. Okay. Auf geht's, Bobby! Glaubst du denn wirklich? Na? Ja. Ich wollte gerade ne Fenty setzen. Ey! Ey! Bobby! Bleib 8B, du Fungel! God, meine Monies alle! Bring mal einen. Oh. Habst du sonst gekauft. Ich bin das so gewohnt von, äh, von Battlefield, dass man das Zoom beenden muss, um nachzuladen vom Sniper. Das ist völlig verwirrend. Ich finde es vor allem gerade so cool, dass ich dich mit der scheiß P... äh, mit der PA-228 noch gekillt hab auf die Entfernung. Ja. Die ist aber echt geil, die Waffe. Welche? Ja, die, äh, scheiß Pistol, die Compact, heißt die eigentlich. Uh. Oh, man! Ich bin Dischractive. Du bist Dischractive? Warum gibt's denn Dischractive? Weil ich lüge. Gibt's kein Dischractive. Aber offensichtlich, oder? Uh! Du hast was explodiert. Du hast aber eine ganze Menge explodiert. Uh! So drehen nicht Quatsch! Ich führe ziemlich viel Gekletsche. Ich habe gerade die Physik neu gefunden, sagen wir's mal so. Dün, 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 dün. Hier ist doch eine Leiche verbrannt. Oh. Simon, hör auf Leute zu töten die ganze Zeit. Das ist dumme Lachen immer, ne? Wir sind so dumm. Was ist denn Lachen denn? Wir sind so dumm. Das ist ein dummes Lachen. Ah. Und deine binären Standards. Halt's Maul. Das ist ein dummes Lachen. Oh, ich könnte auch mal vielleicht hier... Nah. Die Spring-Mine ist lustig. Ich weiß es nicht. Oder generell mal Ausrüstung, die nicht der Newton-Launcher ist zum Beispiel. Was denn? Lol. Mein Hex. Sehr schön. Das ist ein sehr interessantes, was ich dachte. Hi, Corby. Den Scheiß kann man nicht zerstören, weißt du das eigentlich? Wirklich? Warte, lässt du den Scheiß mal sein? Du hättest ihn. Ist ja geil. Hast du da mehr davon, oder ist das nur ein Schuss gewesen? Das sind fünf Schuss. Oh, ja dann mach mal. Ja, hab ich ja schon alle. Ja? Ich seh nur einen bisher. Nee, das fliegt fünf... Ah, da sind die restlichen. Okay. Das Schlimmer an denen ist echt, dass du die nicht zerstören kannst, ne? Die sind voll übertrieben. Die kann man echt nicht zerstören? Nee, kann man auch nicht. Aber du kannst ihnen ausweichen. Wenn du dich nicht gerade immer verschanzen willst. Ja, aber mit denen kann man auch schlecht ausweichen. Außerdem den Ding gehen echt auf den Sack. Also ganz ehrlich. Selbst wenn der nächste Traitor das wieder haben könnte, bitte sollte er es sein lassen. Selbst wenn ich Traitor mir würde ich es jetzt nicht tun. Ganz ehrlich. Ja, ich muss ausprobieren bisschen. Ja, ich weiß. Austesten ist gut, aber das ist echt scheiße. Wie heißt das Ding, damit wir wissen, was wir nicht nehmen sollen? Äh... Wie heißt die denn? Wie hast du gesagt, reißen die Dinger? Ja. Ich bin Inno. Kannst dir nachschauen. Sag es mir. Nö, nö. Du hast keine Waffe, also sag es mir besser. Du hast immer noch keine Waffe, also sag es mir besser. Hab ich ne Waffe. Und ich sag's dir nicht. Das ist keine Waffe. Was dann? Das ist ne... ...Huge. Keine Waffe. Das ist Müll. Aua, das wird wehgetan noch. Die Mann hat auf mich geschossen. Okay. Hab ich nicht, ich hab ihn nicht vorbeigeschossen, Junge. Aber das ist ne Huge, damit trifft man nix. Du hast auf mich geschossen. Nein, hab ich nicht. Das Fadenkorz ging mittlerweile nicht vorbei. Alter, fick dich doch mal. Ernsthaft. Ich bin ehrlich, ey. Was soll das? Nee, aber ich hab Spaß. Ja, haben wir. Aaaaah. Verknallt. Was ist das denn? Was you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. Was you gonna do? Was you gonna do when they come for you? Ja, ja. Ja. Auf jedes Teil. Ich hab grad genau deinen Kopf sehen können. Und wie mein Bein selber baumelt ist auch nett. Kann man mal meine Items reingehen? Bein baumelt da so schön. Was ist los? Du machst die Items auf und setzt deine Füße da rein. Was? Okay, das stimmt. Da ist etwas gut. Wie das ist? Okay, komm. Lass voreinander stellen. Konstantin Ich wusste übrigens, dass das passiert So ist nicht Genau so war mir aber auch klar Hättet ihr auch klar sein müssen, dass Dir dasselbe passiert Ich bin der Sekunde Headtrainer geworden Ja, ich weiß Okay Let's do it Noll Waren das Schüsse, oder war ich das? Ach, da oben ist er schon wieder Kannst du ruhig zeigen Krieg ich sowieso Wo ich mit dieser Waffe keine Erfahrung habe Ich fasse diese Treppe Und immer die Maus bewegen muss Very interesting Ne Okay, wir sind voll aneinander vorbeigelaufen Oder was? Nein, so Alter Was denn? Bist unvorsichtig gewesen Warst du direkt neben mir dann, Jan? Nein, war ich nicht Ich stand unten What? Und? Womit hast du geschossen? Äh, mit der Äh, der Ding da Sniper halt Vom Leuchtturm Ja, sonst hätte ich den nicht getroffen Wenn man so eine Steckrübe ist wie du, dann trifft man gleich der Wieso bin ich jetzt eine Steckrübe? Ich meinte Konstantin Achso, der ist eine Steckrübe Das kann ich unterschreiben Ich sehe zwar nichts, aber Oh Oh, okay Grandios, Corbin Grandios Finde ich aber auch Der Sound dazu Das ist ja geil jetzt Vor allem, weil Wenn das was anderes gewesen wäre Irgendwie so, ne? Sowas wie Headshots don't count Oder so Ich hätte es einfach überlebt Okay, falsche Seite Leider Du hast auch abgedrückt, oder? Ich war nur schneller Ich muss es umbringen Schnell Geht nicht mehr Doch, spring einfach unten ins Wasser Ja Aber Konstantin Ey, du hast auch abgedrückt, oder? Nein Oder es vorgehabt? Ich habe nicht gesehen Im Zoom-Dings Ob ich Nicht? Das sieht man aber unten in der Ecke trotzdem Ja, ich habe Das ist da auch nicht geachtet Deswegen habe ich Zu spät Ne Ich hatte auf dich Ich hatte auf dich gesumt Und wusste, du würdest nicht bewegen Und habe nur unten hingeschaut Und als es so rot wurde Habe ich sofort abgedrückt Einfach Ja Hi Komm, wir können die Sache auch rechtlich lösen Okay Was ist das weiß ich mal? Niemand ist traitor Echt? Oder auch nicht Was war das? Ich würde es gerne wissen Moment Bevor du mich umbringst Will ich erstmal wissen, wer da gerade gestorben ist Vielen Dank Also ich weiß, wer gestorben ist Aber ich will wissen, ob er gestorben ist Wirklich Ich habe nur eine Explosion gehört Deswegen Nicht da Ich glaube, wir waren im Kreis Was ist das? Okay, komm, ich muss was ausprobieren Du hast den Tracker-Waffe in der Hand Ja Je nachdem, was ist Was ausprobieren Darf ich erstmal anschauen? Vielen Dank Ich weiß nicht, was es ist Ich will es ausprobieren Ich habe eins von den Scheißteilen getroffen Ich bin ins Wasser gefallen Okay Bleiben wir nochmal, wechseln wir jetzt Wie geil war das denn? Ich glaube, wir können wechseln Also schau mal das Blut an hier Schau mal mich an Schau mal auf meine Holy shit Ist super, ja Sehr gezerrt Wir bleiben noch, danke Ein PR noch Und dann war es das wirklich Ne, wenn dann eine andere Map War eigentlich der Plan Aber hey Ja, ist das sowieso, klar Aber ehrlich Headshots only Bam Super Das war einfach perfekt Machen wir's an Spielen wir die Runde hier noch zu Ende Dann wechseln wir So Ja Das ist so eine letzte Runde Letzte Runde Letzte Runde, ja Warum kann ich mich eigentlich Aua, ich hänge in der Wand fest Deswegen kann ich mich nicht bewegen Rettet mich Äh, warte Nein Ich kann versuchen, dich rauszuschlagen, aber Ja Ah Gegenlaufen hat schon Schon gereicht Aber wenn du mich erschießt, dann Kobi schießt auf mich Ich schießt auf die Fässer hinter dir Ich schießt auf die Fässer Ich habe trotzdem Angst Zurecht Ich glaube, Simon ist oben Und links drauf Dann werde ich jetzt Countersnipern Lass mich Vor du mich umbringst Vielen Dank Ich bringe mich mal runter Irgendwas ist da oben Was da normal nicht ist Also ich sehe nichts Ich höre noch Schüsse überall Ja, ich gehe da Ich schieße da gerade oben hin Auf das, was da sonst nicht ist, aber Das ist das, was ich sehe Was da neu ist Alter Geh nicht zum Haus mit dem Leuchtturm Wer ist da unten? Bist du das? Das ist Simon Äh, das sind Wie heißen die Dinger aus Half-Life? Die Facehugger-Fächer Ja, Facehugger Catcrabs Da sind ein paar davon Auf dem Haus Alter What the fuck Ich glaube daneben noch welche Ich habe auch eine Ich habe Schiss vor den Viechern Boah, kann ich die nicht nehmen Und Blödsinn damit machen? Schade Wenn die auf dem Dach liegen Muss der von oben runter Alter, was hast du da geblattet? Das ist ja geil Das ist eine Waffe Das ist eine Facehugger-Mine Irgendwie Sowas in der Richtung Das ist ultra cool Warte, 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 warte Simon hat die Melon-Ganne oder sowas? Nein, das ist ein Discombobulator Ich habe keine Ahnung, was er macht Ein Recombobulator, wenn schon Ja, genau Sorry Da ist gerade ein Tommy weggeflogen Nein, da ist ein Weeper weggeflogen Was? Ich weiß nicht, was das gerade war Aber es war interessant Der Recombobulator hat mich ein Stück weit weggeschoben Und danach war wieder alles in Ordnung Ja